Gut, nochmal runter auf die Brust. Eine machst du noch, dann bist du schon bei der Nummer 15. Schön gleichmäßig atmen. Okay, hopp, hopp, noch ein Stückchen. Gut, ablegen. Und wieder eine 20 Sekunden Pause. Noch 5, 6 Sekunden Pause. Die Uni Nummer 16. Sehr gut. Langsam runter, Ellbogen schön eng halten, Brust raus, drei, vier Atemzüge. Wenn du jetzt willst, schaffst du die 20 ohne abzulegen. Yes, die 19. Hopp, gut. Ablegen, auf der Brust nach vorne und reinlegen. Erste und ablegen. Aufrichten, richte dich auf. Zwei, drei Atemzüge. Sehr schön. Also locker 10 Kilo hätten wir mehr nehmen können. Jetzt komme ich nochmal 15. Und die 15. Und durch geht arbeiten. Und die 16. Sehr gut. Machst du mehr als 20. Komm, du schaffst locker mehr als 20. Und die 20. Mach mal 22. Komm, das schaffst du. Und 21. Mach dir 25 voll. Komm, einmal über die Grenze raus. 22. Zwei. Und die 24. Und noch eine letzte. Komm. Und die 25. Super. Donne! Esque schaffst du.